Hallo zusammen, ich bin Florian Meier, ich arbeite als UCC Consultant bei der Fiamma Kilchenmann und ich darf euch heute etwas näher bringen, was ist ein Microsoft Team Room und wie einfach das ist zum bedienen. Grundsätzlich ist ein Microsoft Team Room mehr als nur ein teurer Join Now Button. Ein Microsoft Team Room ist möglichst einfach zum bedienen. Er hat den Vorteil, dass er überall etwa gleich ist zum bedienen. Das heisst, wenn die End-User in den Raum kommen, ist das für sie egal, ist es ein kleiner HODL-Raum oder ein grosses Auditorium. Der Microsoft Team Room funktioniert immer gleich. Das Ganze kann durch unsere Techniken so realisiert werden, dass ihr keinen Unterschied merkt, was alles hinten dran ist, dass es einfach funktioniert. Wir von der Firma Kilchenmann sind als stolz darauf, dass wir von Microsoft ausgewählt worden sind als Meeting Room Partner. Das ist nur weltweit eine Handvoll verlesene Unternehmungen, die hier ausgewählt worden sind. Aktuell sind das ca. 80 Stück und da haben wir den Vorteil, dass wir extrem nahe mit Microsoft zusammenarbeiten können und dementsprechend auch extrem schnell von Microsoft informiert werden und immer über die neuesten Trends wissen. Wenn Sie mehr wissen wollen, kontaktieren Sie uns doch einfach. Wir sind gerne für alle Fragen bereit.